Lalalalalala Heute ist so ein schöner Tag Lalalalalala Heute ist so ein schöner Tag Lalalalalala Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger Bin so stark, stark, stark wie ein Tiger Und so gross, gross, gross wie eine Giraffe So gross Und ich spring, spring Ich möchte mal schnell ein paar Verdankungen machen Das wäre zuerst, was Sie gesehen haben, nach der Pause TV-Servus-Turner Die sind geleitet worden von Sibyl Müller, Tanja Haller und von Rafi Süß Nachher, weiter haben Sie das Programm gesehen SVKT Sportverein Wasserwelt Geleitet worden von Heidi Heidi Er ist übrigens immer noch Single Oh nein, kleine Änderung im Programm So So Nachher haben Sie gesehen Wer haben Sie gesehen? Vielleicht wissen Sie es eher Auch nicht mehr, aber Sie waren sicher gut Das war die TV-Servus-Turnerinnen Danke vielmals Danke vielmals Applaus Es ist geleitet worden Von der Stephanie Stähli Bettina Eckenberger Und von Corinne Eckenberger Danke vielmals Applaus Dann die Tourner TV-Servus mit Attacke Von Jonas Helferberger Und von Benjamin Rechsteiner Applaus 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 Am Schluss sind noch die Akrobaten Wieder geleitet Von Raphael und Geri Süss Mit Madagascar Danke vielmals Applaus 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 So, dann meine Kollegen die das Catch mit mir gemacht haben Ueli Rickermann, Christoph Lehmann Applaus 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 Mit dem Wein mache ich das nicht mehr. Also Steffel, stell dir vor. Du wärst jetzt eingesperrt in einen Käfig für den Rest deines Lebens. Und du kannst wählen zwischen A deiner Frau... B! Und mit unserem Team waren noch Adi Keller und Danilo Bianchi! Applaus! Also für ihn? Nein, für ihn! Danke! Danke! Auch verdanken müssen wir noch unseren UK-Präsidenten, auch Danilo Bianchi! Ich war immer der gleiche! Und der Keller ist gerne zu dumm! Wirklich nicht! Wirklich nicht! Dann muss ich weiter machen mit... Weitere Danke schön sagen! Technik natürlich hier oben! Seht ihr nicht? Das ist Paddy Egli, Fabian Suess und Sven Haaf! Natürlich ist er die Küche, die Männerreigen und das ganze Servietteam! Soll man einen Arsch aufjuchsen! Schöne! Wuuu! Ist er wirklich wieder ein Gaumeschmaus gewesen! Also steht er drauf! Ich habe es noch nicht probiert, aber er ist sicher schon da! Nein, ist wirklich gut der Mix! Dann möchte ich einweisen auf unseren Bühnenchef, den... Ua! 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 Wenn ein Stuhl schräg steht! Er reklamiert! Das ist der Urs! Leider ist er zum letzten Mal, aber macht es wirklich super! Dann möchte ich einweisen auf die neue Kaffeestube! Ganz neu! Da müsst ihr unbedingt rein gehen! Und wenn ihr dann so besoffen seid in der Kaffeestube, müsst ihr noch in die Barabend, die hat nämlich noch länger offen! Dann hau ihr dort mal voll rein! Aber hey! Nein! Bevor denen, müsst ihr noch das Tanzbein schwingen! Und das sind... Das Bleustler! Genau! Die Chefin der Kaffeestube reagiert schon! Der Kaffeestube hat keinen Stuhl! Wenn ihr nicht stehen wollt, müsst ihr alle Stuhl selber mitnehmen! Nein! Für alles können wir nicht schauen, oder? Nein! Danke vielmals, dass ihr gekommen seid! Die Ombala hat noch bis zum 12 Uhr offen! Also wenn ihr die tollen Preise noch wollt! Und... Mein Motto ist... Hau ihr rein! Danke vielmals, dass ihr gekommen seid! Schönen Abend! Tschau miteinander! Schönen Abend! Schönen Abend! Schönen Abend! Schönen Abend! Schönen Abend! Schönen Abend!